Herzlich Willkommen in Kigali in Ruanda. Hier fällt gerade Nunderpunkt 117. Das ist eine gute Sache. Es ist hier angenehm warm und die Leute sind ziemlich freundlich. Wir sind hier im Mumena-Stadion. Der Kick ist gar nicht so schlecht. Kennt ihr die Leute, die so ein Spiel so eine Minute gucken und dann sagen, das Niveau ist gar nicht schlecht? So ähnlich war das hier auch. Und dann fiel in der 11. Minute schon der Ausgleich, nachdem das 1-0 schon fiel, weil der Torwart am Ball vorbei segelte. Und beim Ausgleich war es im Grunde genommen so, dass der Verteidiger den Torwart angeschossen hat und der Ball im Netz zappelt. Mittlerweile läuft die zweite Halbzeit. Da steht 2-1. Das heißt, der Länderpunkt ist nicht mehr gefährdet. Das Einzige, was jetzt noch gefährdet ist, sind unsere Sachen. Die liegen nämlich da hinten. Da werde ich jetzt mal wieder hingehen. Aber nee, Spaß beiseite. Hier in Afrika alle voll nett. Gute Sache. Keiner will hier irgendwas. Es gibt auch keinen Skintax bis jetzt. Also, kennt ihr vielleicht, das ist die extra Gebühr, die genommen wird für Weiße und die dann bei den diversen Preisen abgezogen wird. Haben wir bis jetzt noch nicht erlebt. Finde ich eine klasse Sache. Mal gucken, ob das Ding reingeht. Das nehmen wir noch mit. Wir nehmen das noch mit. Gut, das hat gar nichts gebracht. Macht's gut. Danke, danke. Danke. Danke.